Herzlich Willkommen bei Für Nüsse, der Show, in der Klaus topfit und gesund ist. Und Dirk? Das ist so laut. Du bist... Ne, wir sind beides laut. Achso. Kannst du auch leiser machen. So besser. Ja, ich hab die Dinger so dicht im Ohr. Er redet von kleinen Penissen. Ja, ich darf ja nicht so richtig darüber reden, aber ich hab so letzte Woche mehr im Zoo verbracht als zu Hause. Sag ich jetzt mal. Und... Hast du den Zug geholt? So. Ja, nee, also es ist halt echt irgendwie halb... Faszinierenderweise sehe ich das auf der Straße nicht, aber in Zügen fällt das total auf. Halb-Deutschland muss todkrank sein. Also hörst du die ganze Zeit immer... Ja, als ich die Woche gearbeitet hab, auf der Straße, waren auch zwei... Für Braungeld? Nice. Waren zwei von so einer Dreier-Jazz-Kombo todkrank. Die haben dennoch draußen Musik gemacht. Ne, die haben... Also die haben... Ich war im Tonstudio und die haben halt aufgenommen, die hatten das Studio reserviert und da kannst du ja... Das kannst du ja als Band dann nicht ändern, das ist dann halt reserviert für viel Geld. Also gerade der Saxophonist, dass der sich immer zusammenreißen konnte zum Saxophon spielen, nicht zu husten, weil die restliche Zeit... Der Keyboarder war high auf Aspirin-Komplex. Ich wollte gerade sagen, irgendwie musst du dich ja dann halt auch zudröhnen. Das wollte er dem Saxophonisten auch immer andrehen, aber der kam echt irgendwie so durch, einigermaßen. Ja, also da dachte ich jetzt auch so, oh, die ganze Zeit mit den Keimen da drin. Aber ich meine, das war halt nur kurze Zeit im Tonstudio und im Zug hast du ja noch die Klimaanlage, die deine Lungen austrocknet. Genau, das ist ja noch das Zusätzliche, was dich voll verrückt macht. Ich hatte halt oft Fensterplätze, wo das Ding so richtig ganz hoch pfeift und ich die ganze Zeit mich konzentrieren hab, weil meine Nasenscheidewände halt nur geschrien haben. Und ich zeitweise irgendwann mal auch so einen Niesreiz gekriegt habe und dann halt einfach mal so gefühlte fünf Minuten und ein Stück hüpf, hüpf, hüpf und dann einfach nur noch irgendwie meinen Pulli bis zu den Augen hochgezogen hab. Und ich dachte, jetzt lass die Rotze einfach raus. Das ist scheißegal. Die ICEs sind alle nicht voll funktionsfähig. Ob die jetzt ein bisschen verrotzt sind oder nicht, das macht dann den Unterschied auch nicht mehr. Ja, weil sonst ist ja echt, also das ist lange her, aber naja, das lag wahrscheinlich daran. Letzte Woche war es ja dann irgendwann wegen Verspätung um, wo ich da hin und her gefahren bin, wo ich da irgendwie sechs Stunden in der einen ICE saß. Und da war es, und dann neben mir natürlich eine, die die ganze Zeit am rumhusten und niesen war. Ich dachte schon, da war ich ja fit, dachte ich so, geil, geil. Und dann stehst du mal auf, gehst halt irgendwie mal zum Klo oder sonst was und den Gang durch, also hast du ein richtiges Gefühl. Du bist ja gerade in so einem Transporter, die eigentlich alle zu, weiß nicht, Freie Ärzte, Darwinstedt fahren. An das Set von Outbreak. Genau, also alle so, geil ist dann halt auch, wenn dann irgendwie der Schafter das kommt. Schönen guten Tag, zugestiegen. Entschuldigung. Dann fängt er wieder an. Gott. Oder Durchsagen abgebrochen werden. Nächster Halt. Nächster Halt ist, merkst du, schön, wenn du die Klappe gehst. Ja, geiler Scheiß. Und was Standard ist, was ich jetzt gelernt habe, weil ja alle ihren Laptop rausholen, alle müssen ja arbeiten. Oder ihren Pimmel. Oder so, ja, kann man auch arbeiten. Und das an diesen Vierer sitzen, wo damit dieser dumme Tisch ist, dass halt Laptop, Handy, Aspirin plus C-Komplex irgendwas und noch irgendwas zum Sprayen. Und auch zum Lutschen. Also jeder holt da auch so sein Material so raus. Also eigentlich habe ich gedacht, ich hätte auch rumgehen können und mir gegen Cash, glaube ich, was kaufen können. Das ist dann auch, so hast du so die halbe Apotheke auch mitfahren. Du musst eigentlich noch so einen Fikus mitnehmen und ein Foto von der Familie, was du aufbaust auf der Vierersitzgruppe auf dem Schreibtisch. Das ist einfach so richtig schön deinen Schreibtisch da absteckst. Wie so ein kleines Cubicle. Ich habe übrigens passend zur Bahn, vielleicht auch als Überleitung zur Frage, bevor wir uns wieder in irgendwas anderem verlieren, habe ich heute was Schönes auf Twitter gesehen. Ganz kurz, ist der Shutdown vorbei? Ich habe nichts mitgekriegt. Ja, vorher ist vorbei. Seit? Knapp einer Woche. Und wie? Also? Trump hat aufgegeben, beziehungsweise wie Fox News sagt, Trump is choosing his own ground to fight on. Jetzt rede ich schon in seiner Stimme, aber ja. Ist er jetzt der Underdog oder was? Ja, das ist unglaublich. Aber es reicht halt alles trotzdem nicht. Es kann sein, dass Leute nicht bezahlt werden und ihre Steuerrückzahlung nicht bekommen, weil halt so viel liegen geblieben ist. Die Finanzbehörde konnte zum Beispiel keine Briefe öffnen in der letzten Woche. Also die ganzen Vereinigten Staaten sind immer noch im Chaos. Ganz viele Mitarbeiter der Staatsbehörden müssen trotzdem noch zu irgendwelchen Suppenküchen gehen. Manuka-Honig? Auch geil, ich weiß. Der Kulti hatte gerade so einen Honigtopf raus wie Puder Bär. Ich schläge meine haarige Katze. Also absolut, das ist absolutes Chaos. Ja, passend dazu, was ich dir heute geschickt habe, ab wann man reich ist in Deutschland oder ab wann man zur Mittelschicht gehört. Was war das immer? Es ging halt darum, es ging jetzt um einen Vorschlag von Olaf Scholz. Mittelschicht? Passt auch so ein bisschen zum Thema heute. Mittelschicht als Single gehörst du dazu, wenn du zwischen 985 und 4.000 noch was Euro im Monat zur Verfügung hast. Also 4.040, 4.040 Euro. Also das ist netto. Netto, netto. Zur Verfügung, ja. Bin ich gerade nicht dabei, glaube ich. Ja, aber ich meine jetzt mit 985 Euro und so Miete für eine Einzimmerwohnung abgezogen in Berlin, hast du vielleicht noch 385 Euro? Das ist ja aber eine gute Wohnung. Also ein Zimmer, ja. Ja, 600 Euro kannst du ja schon loswerden, glaube ich. Wo bist du gerade? 560. Naja, das ist ja jetzt nicht so weit weg davon. Dann hast du halt noch Telefon, Internet, was man noch so an laufenden Kosten hat. Also Krankenversicherung muss ja nicht jeder selber bezahlen. Wie hast du? 680. Aber du hast ja noch diese alten Konditionen bei deiner, was war es, 72? Bei deiner Halle. 75. 75. Ja, die Bowlingbahn, die nimmt halt viel Platz weg. Ja, das ärgerlich. Aber gut. Nee, und also wenn du das halt davon abziehst und dann hast du halt vielleicht noch 300 Euro oder so. Also bist du unter einem Hartz-IV-Satz und gehörst zur Mittelschicht. Das ist schon cool. Das ist schon cool, ja. Und 4000 ist halt auch eine andere Dimension, aber jetzt halt auch noch nicht reich, wo du sagst, aber ja. Das ist schon jemand, der 980 Euro verdient, jemand, der 4000 verdient im Monat. Das ist wahnsinnig spannend. Also wir trennen schon ein paar Welten und dann auch, wenn du sagst, weißt du, ab wann in Deutschland der Spitzensteuersatz greift? Also ab wann du mit 42 Prozent besteuert wirst. Also wir werden das ja jedes Mal, wenn wir irgendwas machen. Es ist ein Jahresverdienst von 56.000 Euro. Ab, ab. Genau. Ja, leck mich am Arsch. Du hast 50.000 und hast immer noch einen Spattensteuersatz. Ähm, nee, der skaliert ja mit. Ja, aber der geht ja nicht pro 1.000, sondern der hat ja wahrscheinlich auch so eine Spanne. Nee, aber es wird ja dann erst jeder Cent ab 56.000 mit 42 Prozent besteuert. Achso, okay. Also wenn du glatt 56 bist, bist du noch safe. Ja. Oder sagen wir mal 45.999, ich weiß nicht, wie die ganze. Das läuft genau. Du bekommst halt den, was ist der, 38 Prozent oder so. Ja. Und dann jeder Cent darüber wird dann mit 42 besteuert. Aber das ist jetzt auch nicht so viel Geld, dass du sagst, da sollte der Spitzensteuersatz aufhören. Mhm. Also du könntest ja danach immer noch sagen, ja, das ist dann lange Zeit 42 Prozent und dann vielleicht ab 100.000 zahlst du 44 Prozent, ab 500.000 50 Prozent, ab einer Million 55 Prozent und so weiter. Du könntest es ja skalieren, dass du nicht auf so einem Plateau landest. Weil so sieht das momentan aus, wenn du auch mal in so einen Einkommenssteuerrechner schaust, was man ja als Selbstständiger Hälfteuer machen kann, um zu gucken, wo man da so reinfällt. Das ist ja auch, dass eine aufsteigende Kurve in verschiedenen Verästelungen und dann irgendwann kommt halt dieses Plateau und da steigt der Steuersatz nicht mehr. Ja, ist wie die Höchsteinstufung da bei Versicherungen. Ja. Also es ist dann halt, was ist das Höchste, drei oder? Du meinst bei der Krankenversicherung? Hatten wir doch irgendwann mal als Freiburgplan. 100 Euro noch, 800 noch was Euro? Aber das ist halt einfach, und dann macht es Klick. Und du kannst halt, es ist egal, ob, wie viel. Du 4.000 oder 4 Millionen im Monat verdienst. Genau, genau. Ja. Genau, die Grenze war irgendwie 4.000, ne? So. Ja, irgendwie so. Also 4.000 oder 5.000. Aber also ihr halt jetzt keinen Fantasieverdienst, ne? Genau. Aber gleichzeitig ist es halt nach oben total geil. Genau, wenn du halt sagst, irgendwie 56.000 verdient jetzt vielleicht ein Schuldirektor oder ein Gymnasiallehrer. Ja. Wird dann schon mit einem Spitzensteuersatz behelligt, aber der Manager von VW, der 10 Millionen verdient, zahlt den gleichen Steuersatz. Ja. Lächerlich. Aber der sitzt im ICE besser. Ja, der sitzt nicht im ICE. In seinem eigenen ICE. Ja. Diesel getrieben. Aber Schiffsdiesel. Das ist in den alten und neuen Bundesländern, so auf dem Land ist es auch egal. Mit gleichen Vorschriften wie auf See. Ja, wenn du einmal durchs Saarland fährst, dann ist er nicht. Ja, halt. Saarland ist auch ein gutes Land, wo man lange mit dem ICE durchtuckern kann, wenn man ein paar Schleifen dreht. Alter, wenn du die Saar siehst, dann glaubst du, dass der ICE auch ab und zu drin badet. Und das Ding ist echt, ich glaube, da fünf Minuten drin schwimmen, du bist tot. Also hier kriegst du ja in der Spree definitiv Ausschlag und alles. Du musst dich dann nach einem abkärchern, aber ich glaube, aus der Saar kommst du nicht mehr raus. Wenn da rein sprichst du, spring doch hinterher. Er ist in der Saar. Entschuldigung. Wie Karl Kurve mal sagte zu den Ringen von QVC, wenn die ins Wasserglas fallen, die lösen sich auf wie eine Brausetablette, ohne den Boden zu erreichen. Genau, und bei Twitter habe ich heute jemanden gesehen, der sich, manchmal versuchen da ja Leute mit der Bahn zu kommunizieren. Mit vielen Unternehmen funktioniert das ja ganz gut. Und der hat geschrieben, der hatte eine Bahncard 25. Gab es einen Bot, der geantwortet hat? Ich habe keine Antwort gesehen, aber es würde mich nicht wundern, wenn da keiner antwortet. Hatte eine Bahncard 25 und hat sich irgendeine Karte zum Spartarif gekauft. So, völlig normal. Und dann hat er sich gesagt, nee, er... Karte? Naja, irgendeine Fahrkarte. Und dann hat er in der Zwischenzeit gesagt, nee, er fährt doch viel. Er upgraded auf die Bahncard 50. Und dann hat die Bahn ihm gesagt, ja, dann kann er aber die Fahrkarte, die er sich gekauft hat zum Sparpreis, kann er nicht nutzen mit der Bahncard 50. What? Genau. Und er kann die aber auch nicht kostenfrei stornieren und neu kaufen. Ach, weil es so ein super Sparplus ist, wo du halt... Ja, die ist an die Bahncard 25 gebunden, weil sein Abo aber abläuft, weil er abgegradet hat, kann er den Spartarif nicht mehr nutzen. Und dann wollten sie ihm halt eine Probe-Bahncard 25 verkaufen. Nice. Also wirklich, der absolute Dummfeld. Damit er dieses eine Dumm-Ticket noch nutzen kann. Jetzt hat er es verfallen lassen und sich ein neues geholt wahrscheinlich. Ja, aber das ist halt auch, er müsste, sitzt er halt auf den Kosten da fest oder er zahlt halt die Stornierung, was halt Blödsinn ist, weil er wird halt dafür bestraft, dass er der Bahn mehr Geld für eine bessere Bahncard gibt. Ja. Was mich, was mich zu der Frage des heutigen Tages bringt, was sind Sachen, so Aufreger, die einfach nur richtig sinnlos sind? Boah. Breites Feld. Ich hab ja gerade eins. Mit der Bahn schon mal, aber dann... Das war ja der Grund, warum wir heute nicht gesuhlt haben. Ja. Weil halt da jemand sein... Penis? Wir haben ja öfter mal halt irgendwie, ich sag mal, kurzfristige Angestelltenverhältnisse, beziehungsweise nicht Angestelltenverhältnisse, sondern... Einen selbstständigen Job. Ja, also ich meine manchmal auch Angestelltenverhältnisse, alle Werbejobs sind meist in Angestelltenverhältnissen. Ähm, aber manchmal halt dann auch als Selbstständiger oder Freiberufler ist ja halt auch mal eine Definitionssache. Ähm, und wir machen ja unseren Scheiß immer ganz gut. Nee, ist keine Definitionssache übrigens. Freiberufler und Selbstständiger. Ähm... Freiberufler bist du Angehöriger der freien Berufe. Naja, ich hab mal mit einer... Also wenn du mit einer Krankenversicherung redest, dann ist es schon, dass die es selber definieren dürfen. Die Krankenversicherung selbst hat eine eigene Definition. Und, äh, wenn du sagst von wegen, du bist Angehöriger, äh, Selbstständigerberufe und die sagen, naja, aber ihrer Tätigkeitsform sind sie Freiberufler, dann fallen sie gleich bei uns an. Und hast da, sofern sie zum Beispiel als Selbstständiger hast du halt dann Angestellte, bla, bla, bla. Wenn dem nicht so ist, bist du nach einer Krankenversicherung... Ja, ja, genau, 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 weil du halt, also halt, Ärzte fallen, glaube ich, auch unter die freien Berufe. Alle anderen sind in Industrie- und Handelskammern organisiert. Aber ich meine, das ist doch totaler Quatsch, weil Ärzte haben ja Angestellte. Also wenn du jetzt eine Praxis hast... Ja, ich mach den Quatsch. Wie gesagt, es gibt Sachen, die sind total sinnlos. Ich meine, aber da gab es so ein paar, äh, Definitionen, die da halt eine Krankenkasse genommen hat, um dich dann halt irgendwo reinzudrücken. Es gibt halt immer Grauzonen dafür, dass ich, ich bin... Nein, ich meine, aber da gibt es halt quasi gesetzliche, wo du sagst, klar, vor Gesetz bin ich das. Aber der Krankenkasse sagt, nee, sind sie ja nicht. Ist ja, wie, bin ich nicht. Ja, nach unseren Vorgaben. Ja, aber ihre Vorgaben sind doch nicht vor dem Gesetz. Ja, ja, bei uns intern schon. Das ist so wie die Bahn, die sagt, wir sind pünktlich, wenn wir 10 Minuten später sind. Dann fragst du, wer macht denn das hier? Wie machen das? Achso, und deswegen dürfen sie dann zum... Wenn der Zug ausfällt, kann er nicht unpünktlich sein. Jedenfalls geht es beispielsweise ums Bezahlen. Wenn wir unseren Scheiß machen, werden wir bezahlt. So, in der Regel. Gerne müssen wir halt immer nachhaken. Dann gibt es halt immer dieses, dass du nachwachst bei Agentur oder bei Kunden selber. Wie war denn das? Und dann, ja, schön, wir haben Zahlungskonditionen im Zahlungsziel von bis zu sechs Wochen. Dann kannst du aber sicher sein, wenn das drinsteht, dass der Tag maximal ausgereizt wird. Du kriegst dann halt echt am letzten Tag, in der letzten möglichen Bankminute, kriegst du dein Geld überwiesen. Und du denkst, Alter. In dem Moment bin ich, insofern bin ich so gerade ein bisschen. Ein Schulfreund hat mir das, man erzählt, der arbeitet für Siemens. Und er meinte, Siemens hat ein Zahlungsziel von acht Wochen. Und wenn dir das nicht passt, fickt dich. Versuche doch gerichtlich gegen Siemens vorzugehen. Das ist ja das, was ich dir schon mal gesagt habe. Das machen ja gerne alle Großen. Dass du dann sagst, du, das ist ja gar nicht verkehrt. Ich rufe mir gleich mal meinen Vermieter an. Können wir mein Zahlungsziel auf acht Wochen hochsetzen, von drei Tagen nach Monatsanfang? Ich meine, Miete, schön und gut, aber mein Zahlungsziel zählt jetzt immer acht Wochen für den jeweiligen Monat. So, jetzt kannst du dich schon mal freuen, wenn du Geld von mir kriegst. Und Applaus für keins, weil dann bin ich immer noch in meinem Ziel. Weil ich glaube, theoretisch könntest du ja rechtlich dagegen vorgehen. Aber die Kosten, die du da vertragen möchtest, stehen halt in keinem Verhältnis dazu, einfach bezahlt zu werden. Lass doch mal zu Niel. Wenn es das nächste Mal heißt 14,70, sagen sie, mein Zahlungsziel ist vier Wochen. Tschüss. Und gehst einfach. Ja, dann erfährst du mal, deren Zahlungsziel ist ein Schlag in die Hoden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Obwohl, dieser neue Sledger, der sieht so ein bisschen körperlicher aus. Aber außer dieses Bratzengesicht, aber ich glaube, die würde nichts machen. Das stimmt, ja. Wo du glücklicherweise irgendwie ein der letzten Male gesagt hast, lass mal in Kassa 2 gehen. Aber ich glaube, wenn, dann kommt der Filialleiter an und sagt, wollen wir nochmal über den Senf reden oder wollt ihr gleich bezahlen? Ja, also das Band haben sie ja wohl schon gelöscht. Da haben wir gar nichts mit der Hand. Und da sieht man ganz klar, dass du den Wagen zurückgezogen hast. Hätte ich den Wagen nach vorne geschoben, bin der Senf im Wagen kaputt gegangen. Das hätte niemandem geholfen. Das war ein 1A-Bogen und der hätte sich in dein Mozzarella abgerollt. Ja, was ich halt aber auch ein bisschen assi finde, jetzt durch Bahnfahren, was ich immer gemerkt habe, klar, Wedia will so ein bisschen alleine sitzen, aber wenn du merkst, du bist gerade in so einer Hot-Zone-Pendlerstrecke, wo dann halt alle sich reinquetschen und dann glücklicherweise halt auch irgendwie vielleicht weniger reserviert, dass es halt alle reinsitzen, wo sie können, dass dann halt gerne, was ich vermehrt gesehen habe, bei älteren Herrschaften, die nehmen dann so ein Zweier-Ding, also nicht so Vierer, sondern ein Zweier-Ding und setzen sich halt in den Gang und packen dann Rucksack oder irgendwas neben sich. Andersrum kenne ich das auch, dass ich zwar am Fenster sitze und packe den Rucksack vielleicht daneben, dass der ran wäre, sonst was. Aber wenn Leute kommen, ziehe ich definitiv eine Rucksack. Und da ist dann halt immer nur so ein Blick von wegen, na, suchen Sie einen Platz? Ja, hier ist meine Tasche und ich. So was. Und dann selbst schon so Diskussieren, ist da noch ein Platz frei? Ist da ein Platz frei oder? Ja, da müssen die da aber rein. Ja, deswegen frage ich, ob da frei ist. Und da ist so ein Genervt, wo du denkst, ja, dann setz dich doch nicht in den Gang und wenn du, weiß ich nicht, solche Dinger. Oder, was ich auch geil gemacht habe, ich habe jetzt dieses Ding genutzt, Bahnkomfort-Check-In. Ich weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast. Jetzt manche Strecken vom ICE bieten das an, wenn du halt ein Handy-Ticket hast, dass du halt dann im Handy dann schon irgendwie Bahnkomfort anklicken kannst und dann gibst halt einen deine Zugnummer, äh, Quatsch, die die, ähm, na, also, ja, jeder einzelne Zug oder jeder einzelne Waggon, Waggon-Nummer gibst du ein und dann Platz-Nummer und dann ist das halt im System registriert und der Schaffner oder Zugbegleiter, wie es heißt, hat dann in dem Moment eine Benachrichtigung und weiß von wegen, wenn er halt durchcheckt, der ist schon eingecheckt, weil er es ja über seine App gemacht hat, wo seine Daten registriert sind, der wird nicht mehr belästigt. So, also er muss halt nicht kontrolliert werden. Ja, das war doch die Werbekampagne von der Deutschen Bahn, wo Sebastian Vettel oder so einfach sitzen bleibt und schläft. Ja, genau. Sehr gutes Beispiel, genau das habe ich halt auch gemacht, hat schon zweimal funktioniert, super. Gestern saß ich halt im Zug und dann habe ich gepennt, war voll fertig, lag da und dachte so, okay, lass mich nur in Ruhe, schon eingecheckt und dann hörst du, weil du bist ja nicht komplett weg, hörst du von wegen, ja, Fahrkarten bitte, und dann stand da irgendwie in der Nähe und fing mich an anzutippen und dachte ich irgendwie, er ist da Schubbert hier mal vorbei und dann tippte er halt nochmal und guck so, die Fahrkarten bräuchte ich bitte. Das ist ja, ich habe mich schon eingecheckt, online, komfortschicken. guckte er mich an, ich gucke ihn an, ja, na, das ist jetzt nicht so ganz sicher. So wie? Und dann guckte er mich an, bis Erfurt? So ja. Ach so. Hä? Was jetzt? Also es stand halt alles da, es stimmte und er dachte wahrscheinlich, das wäre der Gast, der vorher da gesessen hat und dann, weiß ich nicht, eine Etage, eine Etage, eine Station vorher ausgestiegen ist und jetzt sitzt ein neuer da und das ist halt noch das System, weil es noch eingecheckt und der Welt, sowas habe ich gedacht, dass es vermutlich hat. Oder es sind vermehrt Bots, die die Bahn nutzen. Oder er ist halt einfach dieses System noch nicht drauf, so. Das fand ich so nervig, weil dafür ist es ja, ich schlafe, lass mich in Ruhe, der Typ kommt, ey, und ich sage, check in und er guckt dann, ach so, ja, sind sie ja doch. Ich dachte so, Mann, Alter, ey. Apropos, ich hatte gestern halt wieder so einen Aufreger, wo ich gerade von Bots rede, wo ich eine ... Du hast dich selber aufs Thema gebracht. Ja, ne? Wahnsinn. Ich halte hier diesen gestreamlinten Podcast am Thema. Dieses neue System ist ja nicht mehr die Buchstaben zu erkennen in so einem Feld, wenn die so verzerrt sind, sondern irgendwie finde die PKWs in den Bildern, finde die Busse. Und ich habe wirklich fünf Minuten damit verbracht, irgendwelche Autos rauszusuchen. Dann wollte das System mir nicht glauben, dass ich ein Mensch bin, weil ich offensichtlich mal ein Auto übersehen habe. Hydranten oder sowas, was du nicht erkennen kannst. Ja, Hydrant, dann Ampeln und das waren Ampeln in einem großen Bild, wo ich dachte, also ist jetzt schon noch so ein Futzel Ampel unten dran. Genau, ist das jetzt eine komplette Ampel? Erkenne ich das als Ampel? Zählt das oder nicht? Und dann waren es Busse und dann waren es Treppenstufen und ich war am Ende verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, ob ich ein Bot bin. Auch so klein, dass du halt einfach einen 90-Zoll-Monitor bräuchtest oder einen 120er, dass du das überhaupt erkennst. Manchmal denkst du, hä? Ja, Zebrastreifen. Ich war am Ende auch bei Zebrastreifen. Und ich so, ich kann nicht mehr. Ich bin kein, ich bin, helft, ich bin kein Bot. Markieren sie alle Fußwege. Ja, da kann ich da auch zu Fuß gehen. Ja, mach doch einen Emotionen-Test oder so einen Touring-Test, ob ich ein Mensch bin, verdammt. Lass mich doch einfach hier. Aber das ist so deine Reaktion, wenn Philipp und Brownie halt irgendwie sich gegenseitig gegen dich verbrüdern, dass du dann irgendwann sagst, lasst mich doch, okay, ich mach's ja. Vielleicht bin ich ein Bot, vielleicht darf ich das Spiel gar nicht kaufen für die Switch. Du hast genug Cash. Deswegen kann man bei dir alles via Paypal Cash zahlen. Ach, ja. Ey, das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Geil finde ich generell, was ich gemerkt habe, was total nervig ist, diese Unaufmerksamkeit bei Menschen, wenn sie in Geschäften sind und sich irgendwas anschauen. Also dieses, du weißt, dass da halt reger Verkehr ist und dass Leute beispielsweise im Supermarkt oder im Buchladen oder sonst was, dass da Leute durchgehen. Entweder was gezielt suchen oder sich inspirieren lassen oder blablabla. Aber dass auf jeden Fall Menschen da sind. Und manche Menschen stehen halt einfach da, ich sag jetzt nicht vertieft im Buch und sind auf Seite 27 oder sowas, sondern stehen da und haben da eine Petersilie in der Hand. So. Und dann stehen die aber so ungünstig, dass du mit Wagen alles nicht vorbeikommst, weil der andere schon quer steht. Und denkst du, wie jetzt, echt jetzt? Ist ja bei dir komplett alles abgegangen, als du gesagt hast, Grünpflanze. Dann war, wo du denkst, ja, kann ich mal vorbeikommen? Ach ja, ich bin ja auch jetzt so was von einer Petersilie. Ist dann aber auch so den Wagen noch quergestellt in den Gang? Ja, das habe ich gesehen bei Norma. Halt irgendwie so ein Seniorenschauspiel, wie so ein Opa mit seinem Wagen direkt vor so einer Grabbelkiste an Werkzeug und dann plötzlich Werkzeug und sein Wagen echt so in Ruhe ließ noch an der Hand ran und die Hand berührte den Wagen noch weiter bis er quer im Weg stand komplett so eine Wand das Ding zugemacht hat. Zwischen Tiefkühl und Grabbeltisch hat Opa und Wagen alles zugemacht. Dann kommt nur Oma an, steht halt davor und versucht mit ihren Gedanken den Wagen wegzuschieben. Sie sagt halt nichts, sie steht nur da und macht halt nichts. Der Opa hält sich an einer hat die Zange an und hat den Wagen nichts passiert. Dann fährt sie weiter und berührt sein Wagen ganz leicht und versucht mittels Tuschierung das Geräusch irgendwie den Opa so ein bisschen wach zu kriegen. Opa spürt so an seiner Hand da wackelt was, der Wagen wird bewegt und die Oma wieder macht halt nichts. Und ich dann halt von anderer Seite war ich da lang und sie ja ich möchte auch vorbehalten und war komplett immer voller weil er seine Hand nicht lösen könnte von der Zange und somit hat er versucht mit Zange und Wagen das Ding wieder parallel zu dem Gang zu stellen. Ich hoffe er hat den Wagen dann einfach umgekippt und ist weggerannt. Das ist ja bei mir immer so die Leitungen, die du im Portemonnaie hast rausnehmen, dem Kassierer ins Gesicht werfen und dann wegrennen. Das ist damals was ich gemacht habe wenn ich im Royale gearbeitet habe nee aber so dieses ich will jetzt nur das Gefühl von Klimpern haben. Wenn irgendwer sagt ja 73, 70, bla bla und hat dann irgendwie was an der Hand gewählt habe ich das Portemonnaie aufgemacht und hingereicht dass es nur reinschmeißt ich weiß nicht 10, ich glaub dir und wie oft ich im Nachhinein dann gezählt habe oder irgendwelche Drachmen oder sonst was drin lagen und ich dachte klar, geiler Trick du schmeißt halt irgendwie Münzscheiß die thailändische Badmünze ist glaube ich die ist nämlich auch so Silbergold die sieht so ein bisschen aus wie die 2 Euro Münze okay also die habe ich beim Bäcker schon mal in die Hand bekommen netter Versuch netter Gag ich bin ja jetzt ich bin ja jetzt bargeldloses Zahlen gewöhnt als Mitglied der Cash Gruppe Cash Gruppe Cash Gruppe zum Kotzen die haben die ich bin gestern mich nach Kreuzberg geradelt und die haben die Bank am Görlitzer Bahnhof geschlossen die Postbank die ist nämlich umgezogen in die Eastside Mauer ist das deine Hauptbank? ne Commerzbank komm direkt achso Frankfurt ist doch immer eine ja cool das ist auch ein ganz schöner Fußmarsch achso Kreuzberg ist näher als die Frankfurter? ich musste gestern eh nach Kreuzberg okay ich dachte gerade ich glaube also tendenziell ist es auch ein bisschen näher aber wie auch immer ist es ungefähr gleichwert wechselnd aber es verschwindet ja wirklich langsam ja genau und dann musste ich halt danach noch zur Eastside Mauer weil das wäre halt also in Kreuzberg wäre das halt schön auf dem Weg gewesen also ich meine jetzt gar nicht irgendwelche Cash Machines da ATM Zeug sondern ich meine halt einfach die Filialen Bargeld nee ich meine Bargeld im Shop ja klar es gibt ja in Mitte immer mehr irgendwie Boutique Scheiße habe ich gelesen und so ein Zeug die halt von vornherein sagen von wegen hier kein Bargeld also kannst du hier mit ich finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm finde ich auch nicht schlimm es gibt halt immer noch viele Läden wo du halt nur in Bar zahlen kannst ja dafür ist ein bisschen Bargeld nicht verkehrt ja also ich finde das Kneipenprinzip mit Bargeld jetzt auch nicht so schlimm ich merke das halt im Royal dass das halt ganz cool ist so dass man dass man da ab 20 Euro dann mit der Karte zahlen kann aber gleichzeitig ist es dann halt auch gefährlich so wenn halt also ich meine okay jetzt noch nicht so vorkommen aber wenn du halt richtig abgehst dann denkst du oh jetzt könnte man du weißt ganz genau von wegen ja Karte habe ich ja genau hast du dir vielleicht diese 20 Euro Grenze gegeben ich glaube ich habe es schon mal gemacht dass ich irgendwie mit Oskar da saß und wir dann noch ein Bier getrunken haben ja oder zum Beispiel überlegt wenn der Doktor wäre oder so das ist halt so wo du denkst wenn es heißt von wegen Karte alles klar ich glaube das würde Urs in einer Lampe nicht einführen das findet er auch ganz schlimm aber andererseits macht er halt sowas wo ich denke voll Stress weil der hat ja dann halt auch immer nur Bargeld weil er halt dann irgendwie klar das mit den Trinkern das kann ich verstehen weil das kannst du halt dann knicken wenn der halt dann irgendwie es heißt dass die Leute dann irgendwie noch dran denken meine Pornosammlung kommt stopp machen oder bis gleich stopp die Pause war dringend nötig für meinen Darm ich bin jetzt ich bin jetzt hier eine Postzentrale geworden deswegen mussten wir kurz mal Pause machen also aber wenn jetzt jemand klingelt und ein Päckchen abholen will dann bleibt drauf auf jeden Fall ich habe meine Schuhe schon halb an ich weiß ja gar nicht mehr wo wir waren was sich aufregt das ist das Thema wo waren wir Seite 27 im Skript ja 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 wie ist das eigentlich hier mit der ganzen Baumassnahme ist da irgendwas was dich aufregt nee überhaupt nicht also heute Morgen als sie den heißen Draht gespielt haben du hast das ja auch gehört äh ja es klang so nach nach Glockengeläut geläut also ja Gottes Willen die auch da haben die Stahlträger an so einem an so einem Schnürsenkel hochgezogen die auch unten liegen unten liegen halt noch die Bauteile du kannst die mitnehmen dann fehlt denen ein Bauteil meinst du die holen neues die gucken da einfach wie nee die werden schweißen und schrauben bis dann heißt hier hä wo ist ein Strebe G Strebe ach das hat auch schon mal ohne Strebe G funktioniert das ist genau wie bei Ikea wenn dir ein so ein Holzdübel fehlt den holst du auch nicht neu dann sagst du naja wo ist der jetzt nicht so wichtig hier mitten im Regal das willst du schon irgendwie halten der muss ja nicht überall halten der Aufzug ja eben nur bei den guten Menschen der hält ja sowieso nur oben der ist ja nur fürs Dachgeschoss ja der hält ja zwischendrin nicht ich glaube der hat provisorisch dann nur so ne komischen Schiebelamellen wie beim diese komischen ja wie heißen diese diese Gangway vom vom Flugzeug direkt dran so sowas kommt dann daran wenn du mal im zweiten halten willst oh gut dann haben wir so dann müsstest du es aber eh erst mal ranschrauben ja oder wie wie bei der BVG wenn ihr in einem Rollstuhl einsteigen möchtet ja genau kommt der Fahrer raus mit seinem Sechskantschlüssel und greift da einmal rein und klappt das Ding um na ich glaube da wird eher so eine alte Pressspanplatte rüber geschoben die vom Wetter schon gewählt ist man muss dann jedes Mal Finger kreuzen wenn man da rüber geht oh Gott sind echt zwei Schritte die man jedes Mal ein bisschen Atem rauben ja ja ich kann ja nur sagen einer meiner steten Aufreger ist das Flaschenpfand in Deutschland und zwar nicht dass es ein Flaschenpfand gibt oder ein Dosenpfand sondern dass es da drei beziehungsweise vier unterschiedliche Regelungen gibt naja grundlegend ist das Pfand auf Einwegflaschen schon bescheuert finde ich dass es generell die Einwegflaschen noch gibt ja gut das ist noch eine andere Geschichte aber dass es acht 15 25 Cent gibt in unterschiedlichen Abstufungen und dass du zusätzlich noch sagst naja aber was ist kohlensäure nicht kohlensäurehaltige Getränke bis ein Liter oder so da zählt es da nicht die kannst du in Wegwerfflaschen packen ja das ist vor allem das interessiert die Unternehmen auch nicht ja und das ist natürlich auch noch für die ist es doch auch egal nicht jedes Haus annehmen muss ja also dass du zum Beispiel sagst ja nee das ist hier nicht Lidl eigen oder sowas können sie hier nicht abgeben das ist der Automat beim Rewe immer wie ich da kotze jedes Mal dieser Markt für dieses Getränk nicht das ist eine Einwegdose die wird eben gequencht für dieses Getränk nicht ja ja wie als ob man den Suppenkasper füttert das ist so ein bisschen wie diese ganze diese ganze Müllentsorgung beziehungsweise das Mülltrennsystem in Deutschland was ja auch total bescheuert ist was ich ja schon mal erzählt habe dieses Versuchsmodell in Trier dass sie halt einfach irgendwie zwei Wochen ihre Müllsortieranlage ein bisschen umgebaut haben neues System drauf gespult und dann gesagt haben okay Trier wie heißt das Trier Trier Trierathleten nee sag mal wie heißen die Menschen in Trier Trierer Trierer Triaden genau du bist auch schon am rumpimmeln hier ja dann bleibe ich bei Trierathleten Bürger Triers dass die plötzlich alles rausstellen konnten und dass es auch noch am Schluss 50% besser sortiert war als jetzt die vorsortierte Scheiße und ziemlich sicher noch günstiger ja klar und es ist halt einfach ja klar und dann die Erklärung vom Bund ist von wegen naja wir haben den Bürger dazu gebracht jetzt quasi dieser pädagogische Maßnahme äh schön alles zu sortieren das wollen wir halt nicht irgendwie wieder wettmachen sondern denkst du was ist das für eine Aussage so Lernerfolge verliert man ja auch ziemlich schnell du denkst von Dingen aber das ist halt irgendwie weiß ich das ist tausendmal Kostensparnisse also diese ganzen verschiedenen Tütenscheiße bei uns ist ja so große Container also sobald du halt in verschiedene andere Stadtteile oder auf ein Land kommst sowas da hat ja jeder einzelne Bezirk seine gemagte Tüte das ja auch es gibt ja keine also schon in der EU nicht in Deutschland nicht in den Kommunen nicht ja das gibt auch einheitliche Regel also zum Beispiel hier ist blau Papier und das kann dann halt irgendwie in Hannover kann blau dann halt irgendwie Batteriesäure bedeuten oder sowas du denkst sowas ich glaube in Hannover ist es glaube ich nur die Batteriesäure du musst die Batterie öffnen die Säure aus das schönste ist dann halt von wegen dass dann halt auch ähm irgendwo heißt das mal ich glaube bestimmt extra drei oder sowas dass diese Mülltüten diese gelben Mülltüten äh dann für eine bestimmte Region waren und die hatten dann ein einen einen Zahlenkombination und die waren dann immer nur für äh bestimmten Zeitraum zu nutzen nach einem halben Jahr durften sie diese Dinger nicht mehr nutzen das wusste der Bürger nicht mehr und hat sich gewundert dass die ganzen Plastikbeutel ja schön da alle sortiert haben mit dem Plastikmüll zu Hause gelassen wurden da hieß es von wegen sie nutzen alte Wertstoffsäcke wo du denkst what alter und sowas und dafür da müssen wir uns drum kümmern und ja und das es würde alles besser gehen dann schreibst du einmal dran deine Mutter ist ein alter Wertstoffsack und der Müllmann kommt überhaupt nicht mehr und das geile ist zusätzlich war dann in Trier noch möglich dass du halt ganz normal halt ähm Sperrmüll zusätzlich einfach auf die Straße schmeißen konntest 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 halt alles hinstellen Problem ist natürlich wenn du ein altes Kinderfahrrad draußen hast was deinem Enkel gehört und stehst daneben eine Tüte Müll hin dann wird das Kinderfahrrad in Sicherheit auch mit abgeräumt dass auch Sperrmüll ey dass das so ein Akt ist ja und das wäre alles in eins das wäre ja und das wäre natürlich für die Müllmänner auch irgendwie viel entspannter dass sie sagen ah wir fahren jetzt Pappe und sowas dann müssen wir nach Hause dann muss das Ding ja nicht nur raus und danach kommt dann einfach ein Rotz rein das Ding wird dann ja auch vorgereinigt so ein Zeug damit die dann bei der nächsten Reinigung wenn die dann halt komplett nur Plastik rausschieben nicht zusätzlich vielleicht ein bisschen Pappe beziehungsweise andersrum rausschieben und sowas und dann würden sie auch sagen ja ist doch dufte also ich meine wenn wir alle sagen und die hätten ja nicht weniger zu tun ja eben das ist genau das Volumen bleibt ja ähnlich es wird ja halt auch noch immer mehr wenn jetzt halt diese ganzen Pappscheiße ja das ja genau die ärmsten Sachen aber das mit dem Sperrmüll kotzt mich so an weil das ist einfach so wie Sachen man kommt ja nicht zum Sperrmüll da müsste ich mir echt mal einen Tag nehmen wo ich ein Auto belade mit altem Scheiß den ich nicht entsorgen kann und du hast doch glaube ich auch irgendwie wie sagst du beim Sperrmüll irgendwie so zwei freie Anmeldungen und danach sind es kostenpflichtige Anmeldungen und die Anmeldungen sind aber auch wieder zeitgebunden dass du nicht sagst von dem ey könnt ihr bitte Freitag um 16 Uhr alles abholen nee nee wir sagen nee abholen geht schon mal gar nicht kostenfrei in Berlin ach in Berlin geht es doch gar nicht nee es gibt auch keine früher gab es nur so Sperrmüll Tage wo du es wo sie irgendwo in einem Kiez waren an einem Treffpunkt ja und da konntest du es abschneiden gibt es auch nicht mehr du musst hinfahren dafür ist es aber kostenfrei also ich glaube in Hannover war mal oder Hannover Region Land wenn du da halt so ein paar Kubikmeter also bestimmte Kubikmeterzahl Sperrmüll hattest konntest du zweimal im Jahr so eine freie Abholung halt ordern nee das aber die wurde dir dann gesagt auf jeden Fall für ein paar Kubikmeter also echt aber das auch die ganze und das ist schon so Sachen die du nicht loswerden kannst Batterien geht ja Akkus jeder hat ja ganz viele Akkus zu Hause inzwischen in den ganzen Altgeräten das ist schon eine Riesenarie Energiesparlampen und LEDs sind eine Riesenarie alles Sondermüll ja genau und die muss halt nicht jeder Laden annehmen und dann ist es halt so deswegen also dass der Rewe bei uns die annimmt ist schon echt ein zivilisatorischer Fortschritt weil ich habe halt ich habe einfach eine Schublade in der Küche mit Energiesparlampen die über die Jahre kaputt gegangen sind ja also ich meine die halten ja auch nicht ewig die halten zwar länger aber nicht ewig und dann LEDs sind auch so eine Sache und das Geile ist auch wenn es größere Batterien oder Akkus sind also wenn es Autobatterien Motorradbatterien dann nur da abzugeben beziehungsweise da wo du es gekauft hast die müssen die annehmen aber bei Akkus kleineren ist ja halt irgendwie überall anzunehmen jeder der die verkauft muss die annehmen genau aber da ist halt so wenn du zum Beispiel bei Louis Motorrad in Marzahn dir einen Akku holst der ist dann irgendwann im Arsch und willst du ihn bei Louis Motorrad in Reinigendorf abgeben dann können die kulanterweise sagen machen wir aber wenn sie per Gesetz sagen nö auch ab hast du es hier gekauft oder es gibt das Prinzip eins für eins das geht auch das machen auch viele wenn du was neues kaufst kannst du was altes abgeben das machen sie ja gerne auch irgendwie kaufen neuen Kühlschrank wir holen ja alten gleich ab so bevor du den dann halt hier schön in die Heide schmalt das ist ja immer auch total in wenn du halt auf Land fährst irgendwie so im Plänterwald steht ständig so alter Scheiß wo jemand eine alte Matratze oder eine alte Kühlschrank das ist ja auch die Frage du müsstest ja auch das mal hinbringen ja du fährst da halt mit deinem alten Corsa irgendwas da tief in den Plänterwald wo du ja auch nicht so weit rein kannst das normale Straße und dann musst du ihn von denen nochmal schön wegschleppen und dann also die ganze Aktion da direkt wo du mit dem Auto reinkommst zum Spreepark die Straße genau steht ständig was eine Einbauküche ein Klo also Wahnsinn ich laufe ja immer ohne Telefon deswegen konnte ich keine Fotos davon machen aber halt wirklich so Sachen oder halt irgendein Urinal irgendeine Gastro-Tür von einem Gastro-WC zum Beispiel das würde ja halt auch diese ganze Wildmüllentsorgung halt einfach komplett wegbrechen wenn die halt einfach das kommunizieren wir machen das und jeder weiß es halt auch und diese ganze Müllpolizei würde auch weg das sind ja auch alles Beamte die halt rumrennen nichts anders machen als irgendwelche Müllscheiße darauf achten irgendwelche sinnlosen Vorschriften einzuhalten das ist halt so und dann ist der Strich das sagen ja aber wir haben den Bürger so weit das möchten wir auch beibehalten wo du denkst Alter das ist ja einfach nur so und halt so Beschäftigungstherapie für Leute in einem Scheißjob das ist ja auch nicht so dass du da halt sagst naja okay aber deren Job ist es Fußmasseure zu testen die wollen wir da denen können wir den Job nicht wegnehmen jetzt sondern halt einfach einen Job den auch Leute ungern machen ich ist mittlerweile ist ja auch einfach so ein fetter Verwaltungsapparat dahinter der ja halt auch irgendwie Kosten produziert wo dann halt auch irgendwie etliche Jobs dranhängen also wenn man jetzt sagen würde ich denke mal das wäre auch so ein Grund dass sie ihnen sagen könnten ja aber wollen sie die jetzt alle kündigen oder wo du denkst Alter aber Fortschritt bedeutet ja auch nicht immer das alles das ist so wie was jetzt immer besprochen wird dass halt einfach 50% der Jobs wegbrechen können wenn halt einfach Technologie voranschreitet und dann ja einfach Automatisierung also das genau die Leute die halt am Förderband am Förderband gebraucht wurden vor Jahren noch und jetzt macht das halt eine Maschine schneller und präziser als ein Mensch gelesen Spiegel letztens hat irgendwie in Kalifornien der erste Lidl aufgemacht wo kein Mensch mehr arbeitet also es gibt ja immer noch von wegen diese Selbstzahlkassen oder so wie das heißt so und da ist komplett alles alles irgendwo du denkst hm ja aber das wenn wenn jedes wenn jede Ware so ein NFC-Label hat ja also theoretisch reicht es ja dass du einmal den Wagen irgendwo durchschiebst und das wird halt dann eingelesen ja da haben sie dann auch in dem Laden ist sogar dass du dann halt nicht irgendwie da mit Karte oder sonst was zahlst sondern das ist dann halt du hast dann irgendwie so ein registriertes Konto dann bist halt da registriert so ein Zeig und dann wird es sofort in dem Moment wenn du halt Ware reinnimmst und sofort wenn du dann halt da aus dem Wagen raus dann ist sofort registriert das hast du gekauft das wird demnächst bei dir abgebucht also du bist nicht in dem Moment irgendwie du nimmst die Sachen und gehst sofort so und du kommst halt auch nur aber ich hab gefragt wenn du eins in da reinkommst ob da nicht zwei gleichzeitig sich rein schieben und so ein Zeug und dann wird dann jemand registriert der da nicht also darf da jemand rein der da nicht registriert ist also zum Beispiel wenn das Kind nicht registriert ist darfst du damit rein so eine Frage ja gut ich meine es gibt halt Sachen du kannst es ja lösen aber das ja klar klar kann das in Zukunft einfach so genauso funktionieren auch bei Decathlon ist es ja auch so da gibt es ja auch also normal irgendwie zwei normale Kassen oder so die offen sind und der Rest sind halt Selbstbedienungskassen wo du die Sachen einfach reinlegst ja und dann wird es gewogen ob das Produktgewicht in dem gescannten Gewicht übereinstimmt und dann kannst du da abhauen ja binnen Sekunden und zu den großen Kassen musst du eigentlich nur wenn du irgendwas aufwendiges hast was irgendwie entsichert werden muss ja an Flughäfen habe ich das auch schon oft gesehen also in Schottland habe ich das auch gesehen dass da halt auch diese kleinen Minisupermärkte hier im Flughafen da hast du dann halt alles nur noch Selbstzahlerkassen und dann hast du dann aber trotzdem irgendwie so 20 Kassen und einen Angestellten der geht halt nur rum und hilft dir wenn du irgendwie eine Frage hast was ja völlig in Ordnung ist das noch als Angebot zu haben genau weil du sagst es sind alle neuen also alle Neuerneuerungen brauchen natürlich einen Übergang und da brauchst du halt dann noch die Menschen das ist ja bei Ikea und Rewe und so auch so wo sie so selbst Checkout-Kassen haben ja da gibt es immer noch Leute die verzuständig sind die einfach gucken oder Ansprechpartner sind falls irgendwas nicht läuft oder auch beim Flugzeugchecken dein Gewicht könnte einfach auf deinem Pass stehen dann stellst du dich auf eine Waage und checkst ein wenn du zu fett bist darfst du nicht mitfliegen so einfach gibt es nicht aber du sagst zu fett aber schwer ist ja dann nicht gleich fett du musst dein Gewicht halten um mitfliegen zu dürfen baue Muskelwasser ab du bist zu schwer du bist zu muskulös ja das ist um in den Flieger zu kommen so kannst du viel günstigere Flugzeuge anbieten weil die nicht so viel tanken müssen weil die weniger Gewicht tragen also für alle die Sport machen blöd nee du musst dann halt einfach vorher noch ein bisschen abschwitzen du musst ja nur die Liter Menge loswerden wie kriegst du in kürzester Zeit so viel Muskelwasser ab defydriert in den Nähen einfach nur Wasser einfach nur das Körperwasser verlierst halt drei Liter Wasser steigst dann defydriert in den Flieger döst so ein bisschen weg mit Kopfschmerzen wahrscheinlich knall ich vorher in die Gangway irgendwo rein und hab mir so vor der Stirn geschrieben zieht mich rein noch ein Passagier weniger ich fliege 77 boah der ist richtig schön geadert geadert die schön sehnig muskulös beim Fliegen ja weiß ich nicht gut ne manche Leute an manchen Leuten rast der Fortschritt vorbei oder zum Beispiel Ärzte werden ja irgendwann auch Flügge die werden ja irgendwann weg sein nochmal so ein Allgemeinmediziner jedes Mal wenn ich da bin ärgere ich mich wenn ich denke Alter ehrlich Pimmelnase ey das hab ich irgendwie jetzt achtfach detailliert immer noch zu Dr. Pimmelnase das Geile ist immer wenn ich da bin hab ich dann irgendwie so weil ich immer diese diese Akutdinger nutze weil ich die nicht wenn du jetzt was hast will ich nicht halt in sieben Wochen mir einen Termin haben das ist wie beim Chiropraktiker ja dann hätte ich was im März ähm 2020 ja dann hoffe ich dass die Schwellung dann noch ist ne äh chill sind aber auch vollkommen Latte ja ja naja boah das ist auch assi dass du halt auch merkst von wegen eigentlich bist du auch als ähm als normal versicherter totaler Marsch also soll es dann privat sein dieses dieses Gesundheitssystem das im private und gesetzliche boah und das das war auch ähm das war in der Heute-Show auch mal Thema wo es hieß was war zwei Drittel oder drei Viertel irgendwie so also eine sehr hohe Nummer der äh sehr hohe Nummer sehr hohe Zahl der Privatversicherten sind im Staatsdienst das sind also keine Privatversicherten sondern der Staat bezahlt das dass die in einer besseren Krankenkasse sind und dass wir ein ruiniertes Krankenkassensystem haben deswegen äh äh anstatt dass einfach alle und vor allem das krasse ist ähm gerade wegen der Privatversicherten gibt es halt auch so einen Pflegenotstand weil die keine Pflegeversicherung bezahlen aber trotzdem halt aus der Pflegeversicherung deren Pflege bezahlt wird und das generell in diesem deutschen Rentensystem ist auch noch so ein Ding das ja äh von Adenauer als so ein Schneeballsystem mehr oder weniger initiiert wurde dass wir können das finanzieren wenn jeder Bürger hier zwei Kinder hat und die Kinder wiederum zwei Kinder jeder der ein Unternehmen so eröffnen würde 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 kurz darauf in Handschellen verhandeln was er da gerade gemacht hat aber als Rentensystem völlig in Ordnung ja Gottes Willen ey also ich meine das ist doch also wirklich das klassische Schneeballsystem und dass da keiner mal gesagt hat in den Jahren wir stellen das mal langsam um ja ja man muss es ja nicht jetzt ist halt die Notlage jetzt müssen wir es eigentlich sofort umstellen ohne Rücklagen äh und ohne Idee das was man vielleicht machen könnte ja unglaublich was mir noch ähm in den Sinn gekommen ist Tempolimits wir sind ja irgendwie eins der wenigen Tempolimits sind sinnlos jedes Auto sollte so schnell fahren wie physikalisch möglich bis zur Lichtgeschwindigkeit deswegen bin ich für Steilkurven Innenstädten das ist wirklich das ist echt das ist äh das sind jetzt drei Länder noch auf der Welt die Tempo äh kein Tempolimit haben ja was ist es Deutschland Nordkorea und Guam oder so ja irgendwie sowas also da wo da halt dann auch wenn ein Motor ist hast du TÜV ja das war auch das habe ich neulich auch als Infografe gesehen wo es auch aufgeführt war und da halt so in der zivilisierten westlichen Welt hat so ein Land was rot war das war Deutschland und da war auch Tempolimit Lichtgeschwindigkeit also ich meine du kannst du kannst ja hier teilweise auf dem Streckenabschnitt wenn du mit einem Raketenwagen unterwegs bist auf 500 Sachen beschleunigen hält dich ja keiner von ab du musst ja doch nicht also ich meine das ist ja auch das Geile dass dann halt irgendwie Serienfahrzeuge mittlerweile halt einfach so eine hohe Endgeschwindigkeit haben ich weiß auch dass in den 90ern es immer hieß der könnte viel schneller aber der ist bei 200 elektronisch gedrosselt fast der kannst du jetzt ist es ganz normal dass du halt mit deinem BMW und der ja so isoliert ist 240, 250 du kannst halt die 300 halt fahren oder wenn du eine Hayabusa oder Ninja hast dann fährst du 350 kannst du den Penner im BMW überholen ja das sind die auch die den dann mit 300 die Überholspur blockiert das sind dann die die wahrscheinlich die ganze Zeit Pannenstreifen links fahren oder sowas und da flattert dann schon leicht irgendwie die Epidermis ab aber du kannst das Geile ist du kannst halt rein rechnerisch ist es dein Gehirn nicht möglich darauf zu reagieren wenn irgendwas vor dir passiert wo also du siehst wenn du Glück hast siehst du eventuell deine Todesursachen noch aber 350, 400 da ist es aber dann auch nur dass du denkst blinkt der so also es ist halt das kommt noch nicht weil du kannst doch diesen Blinkvorgang wahrnehmen und dann war es das und das war doch auch auf irgendeinem Streckenabschnitt haben sie es doch mal versucht und da sind die Unfälle drastisch zurückgegangen also es war irgendwo in Brandenburg da war halt so ein Streckenabschnitt und du kannst ja dann sagen naja wir führen jetzt hier einfach mal Tempolimit ein auf diesem Teil des Streckennetzes und gucken was passiert du hast auch gesehen die Unfälle vor allem die schweren Unfälle sind halt massiv zurückgegangen 130 ist doch auch immer noch schnell und das ist diese ganze Scheiße mit dem ohne Tempolimit führt ja noch viel eher dazu dass es zu Staus kommt weil es halt irgendwelche Unfälle gibt die dann bereinigt werden müssen weil alle nicht einheitlich fahren weil jemand sagt von denen ja Entschuldigung ich möchte mal 1380 fahren und jemand denkt na 200 links da kann ich auf jeden Fall schon mal ganz schön gut überholen und jemand denkt na 160 da werde ich links einmal was reißen ich lasse mich doch hier nicht von dem Penner mit 200 überholen das habe ich damals auch gemacht schön mit 140 auf der linken Spur und ich denke ja was denn was denn ich will jetzt echt den Verbrauch in die Höhe treiben ich will jetzt ganz schön langsam solche Sachen und das ist halt dann irgendwie so krass das ist halt einfach und dann halt auch einfach die es gibt kein logisches Argument warum es halt noch Bestand hat einfach nur wegen von den naja wir sind aber auch ein Industriestaat und Automobilindustrie die zahlen auch ganz schön viel ja aber selbst das aber selbst der Automobilindustrie kann es doch eigentlich egal sein wie schnell die Autos fahren naja aber es verkauft sich immer noch also verkauft sich immer noch enorm das geile ist aber das wäre doch auch mit Tempolimiten nicht anders die Leute sagen na 130 schaffe ich auch zu Fuß das geile ist Teststrecken zum Beispiel Teststrecke in Wolfsburg für VW hat ein Tempolimit weißt du Teststrecke die bauen halt irgendwie neun keine Ahnung Subaru bla 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 und sagen ja wollen wir gucken ob der die 300 schafft aber nur 300 dann ist hier Grenze und das Ding ist nur geradeaus oder Steilkurve und ist maximal halt sicher so und da sagen sie das hat hier aber eine Grenze gut wenn ich normal im Straßenverkehr mit Alkoholikern sonst was Nervösen hast nicht gesehen oder irgendwelche Anpannenfahrzeuge fahre da kannst du mal schön Arsch platzen lassen wo du denkst was zum Glück kriegen wir uns nicht auf nee überhaupt nicht aber Tempolimit ist echt ja ist auch so also das war die die Bundes in der Bundestagsabgeordneten der Linken meinte auch ja das dann muss dann wird das halt in Brüssel geklärt das dann muss die EU das halt vorschreiben wenn die Deutschen das nicht wenn die Deutschen nicht in der Lage sind das genau wie Deutschland die auch vor den EU-Gerichtshöfen Bußgelder zahlen muss weil die Automobilindustrie hier nicht bestraft wurde für die Abgasaffäre übrigens das gab es gestern schön das hatte Martin Sonneborn auf das kann ich mal im Wortlaut vorlesen Martin Sonneborn auf Facebook geteilt Martin Sonneborn ist ja unser einziger Abgeordneter von der Partei im Europaparlament gestern aufregende Sache meine erste geheime Abstimmung überhaupt im EU-Parlament heute viele Mitarbeiter haben so etwas noch nie erlebt aber CDU CSU wollen verhindern dass Lobbytreffen demnächst veröffentlicht werden müssen da möchte man die Abstimmungsergebnisse natürlich nicht so gerne zeigen Update nicht alle Konservativen im EU-Parlament sind so kaputt wie der Großteil von CDU CSU die geheime Abstimmung ging positiv aus demnächst ist Transparenzpflicht es hing an vier Stimmen eine kam von der Partei nice also wirklich das ist so kaputt dieses ganze korrupte System aber vier Stimmen Alter wie gruselig wie gruselig knapp die Scheiße ja und ich glaube ich wage zu behaupten so konservativ ist die Mehrheit im EU-Parlament nicht hätte ich jetzt auch nicht also ja vier Stimmen aber auch das in einer geheimen Abstimmung unglaublich unglaublich ich hatte gerade irgendwie wieder ein anderes Thema es ist halt so krass es gibt so viele Dinge über was ich mich aufregen kann und halt auch so sinnlose also wir haben heute wirklich sinnlose Aufreger also aber zum Beispiel auch was uns betrifft jetzt irgendwie was vielleicht jetzt nicht für jeden da draußen so interessant ist aber halt diese 50 Millionen bezahlbaren Schauspielportale wo man bitte bitte drin sein muss und ansonsten finde ich keiner aber ich habe gesagt was für eine Rotze also so Sachen wie keine Ahnung Cast Forward die haben halt ganz viele englischsprachige Sachen die haben Exklusivvertrag mit der UFA und die UFA sagt ja ey wenn du da nicht irgendwie full Membership plus blablabla bist ja dann ist mir das scheißegal dann schreiben die irgendwelche anderen von ZDF ja die haben bei Schauspieler da müssen da ein bisschen sowas und dann heißt es von denen Casting Network Filmmakers ja Filmmakers für ein Actionkonzept irgendwas ja schönwesen finde ich nicht weil du bist nicht auf Relevanz Nummer 1 Schauspieler Videos und Crew United die zusammenhängen was gibt es denn noch das einzige was ich jetzt ganz gut fand ich glaube das war Cast Upload Suse Marquardt genau das ist ja dieses bunt gefördert Ding die gesagt hat von wegen hier was Neues bla alle finden es ein bisschen nervig aber da war ich jetzt schon längst aber da hat sie halt gesagt dass sie jetzt da hingewechselt hat und das finde ich halt gut wenn das einheitlich wäre weil das ist halt vom Bund gefördert und das funktioniert ja genauso ist jetzt nicht von wegen dass du einen Link dann irgendwo hinkriegst zu YouTube oder so natürlich nicht aber ich meine selbst wenn es das wäre das wäre ja auch nicht schlimm das wäre ja auch egal das wäre einheitlich wäre so aber wo du denkst und das ist ja auch kein riesen Hosting und Crew United die halt jetzt erst Werbung gemacht haben dass ihre Seite im Jahr 2019 so aussieht wie eine Seite im Jahr 2009 aussehen sollte ich bin übrigens heute offiziell kein Crew United Full Member plus quasi Schip mehr ich meine wie gesagt das geht ja in UK auch da hast du halt Spotlight so ich meine eigentlich also eine und eine eine Bezahlplattform reicht ja ich meine du brauchst ja glaube ich dann noch wenn du international agieren willst IMDb also da ist ja halt alles drauf genau IMDb Spotlight aber gibt es kein Kartellamt die dann irgendwie in Amerika sagen hier hallo dass IMDb halt weltweit halt einfach so die Nummer 1 ist kannst du ja immer noch Konkurrenz dagegen aufmachen also das hält dich ja keiner davon ab aber ja in den USA nehmen die sowieso nicht so ernst mit dem Kartellrecht und ich meine auch dass die IMDb Mitgliedschaft kostet glaube ich 140 Dollar so 120 Euro sind also auch nicht ja alles zusammen zahle ich mir an den ganzen Scheiß ja ja die ich auch mit dem ganzen Scheiß mit dem ich dabei bin und alles auch vollkommen sinnlos und das Geile ist auch alle regen sich immer auf darüber und trotzdem machen wir den Scheiß immer und wenn du mal überlegst wie oh echt cool wenn wir einheitlich sagen würden weißt du was fickt doch mal die ganzen weil die Caster und die Redakteure und die Produzenten die brauchen ja uns genauso wie wir die halt auch die sagen klar aber wenn die halt alle nicht da wären eine einheitliche Plattform würde doch vollkommen reichen und die müssten halt eigentlich sagen ja genau wir nehmen jetzt die die ist kostenlos für alle Schauspielerinnen und Schauspieler du kannst dich halt immer noch registrieren wir können Leute irgendwie vorsuchen auch die ganzen Schauspielspieler die halt in keinem Portal sein können weil die halt irgendwie tausend Rechnungen und immer auf Miese sind und Arbeit nass gibt es Puck Spa eigentlich noch? habe ich irgendwann mal vor einem halben Jahr reingeschaut gibt es kostenpflichtig mittlerweile ja das war ja auch da war ja die geilsten Dinger hallo ich bin Axel ich habe ein Handy das filmt und ich mache eine Geschichte für eine also ich möchte mich an der schreibt mir doch einfach ein Drehbuch dann drehen wir das da habe ich glaube ich das meiste gedreht ja aber das meiste auch nicht verwendet da habe ich echt viel Erfahrung gemacht über Puck Spa alter Finne und wie war der drin sagen wir mal so ich bin fast erfroren verhungert scheiße anspielt apropos diesen Detektivfilm habe ich bekommen und wie ist der Ton? der in dem Schnitt den ich bekommen habe das ist nur der kurze Schnitt ich hoffe der hat da nicht gesprochen das ist nur ein Voice Over von mir und der Ton aus den Szenen wird gar nicht verwendet was? ja obwohl er die Kopfhörer nicht auf hatte ja und wir teilweise so Handy Mikrofone hatten auf der Oberbaumbrücke nachts bei Wind und Verkehr fängt nicht so ein Lied an ja auf der Oberbaumbrücke nachts bei Wind und Verkehr das ist das Einzige Lied wo zwei Melodien gleichzeitig gegeneinander konkurrieren ob du eine Angel hast oder hast keine man hört dich nicht und man wundert sich auf der Oberbaumbrücke achts die Elsenbrücke wird abgerissen übrigens ehrlich? habe ich es nicht schon erzählt? nee nach 50 Jahren die steht seit 68 wird die Elsenbrücke eingerissen die wird nicht erneuert oder irgendwas? nein die kann nicht erneuert werden die hat einen Riss drin einen strukturellen Riss von 0,8 Millimeter mal ja ist unser Haus dann die Elsenbrücke und da ist Stahl eingebaut aus irgendeiner Manufaktur aber das ist nur die Straßenbrücke die Zugbrücke ist nicht die Elsenbrücke genau nur die Straßenbrücke aus irgendeiner Manufaktur der Stahlgängerbereich ist auch Elsenbrücke nee es geht nur um die Autobrücke derzeit geht es nur um die aber das ist ein krasser Knotenpunkt der Stahl hätte nach zwei Wochen in Beton gegossen werden müssen länger darf der Erwitterung nicht ausgesetzt werden und die haben sechs Monate gewartet damals cool 68 und jetzt gibt es diesen Riss und eigentlich würde vier Jahre dauern wenn man die Brücke komplett einreißen würde aber weil sie es nicht machen können reißen sie zuerst die eine Fahrbahnhälfte ab und dann die andere und deswegen dauert es acht bis zehn Jahre wie die abzureißen nee die neu zu bauen also wenn man sie neu bauen würde muss die wird neu gebaut achso weil sie dass die eine Fahrbahnhälfte wird ab diesem Jahr gesperrt und neu gebaut und dann sobald die andere Fahrbahnhälfte steht neu wird die andere Hälfte abgerissen also wird jetzt eine Hälfte erstmal vier Jahre tot sein und dann die andere Hälfte genau die wird dann halt einfach eine zweispurige Brücke draus die ist ja zum Glück nicht so wichtig für den Verkehr ich wollte gerade sagen haben die dann nicht die Befürchtung dass jetzt diese zwei Spuren die dann halt noch offen sind so schnell rabiat runter beziehungsweise es sind ja gar nicht zwei Spuren insgesamt sind es glaube ich in der Mitte sechs Spuren wenn da alle zusammenzählt nee die ist vierspurig glaube ich die Brücke ist vierspurig glaube ich die Straße wird danach sechsspurig nee wenn ich rüber fahre dann sind da also da sind drei auf jeden Fall rüber wenn ich vom Markt dann sind es sechs aber dann hast du halt drei Spuren jeweils offen nee ich meine aber das ist doch einfach eine die wird ja noch stärker genutzt diese Spuren dann ja deswegen machen sie glaube ich erst die Seite die stärker kaputt ist deswegen reißen sie die erst ein ja aber die andere Seite die wird doch dann noch schneller kaputt gehen die muss ja vier Jahre noch halten ja da kannst du dich in drei Jahren drum kümmern dass die auch ins Wasser stürzt naja geil stell mal vor da müssen sie sie komplett sperren und dann alles über die Oberbaumbrücke die nächste Brücke ist nämlich die ist mehrere Kilometer hinter dem Plänterwald und die ist also also in die Richtung meinst du genau unbefahrbar also da musst du einen riesen Umweg fahren und die A100 die ja da fertiggestellt wird zumindest in dem Abschnitt die läuft dann so aus dass die Leute theoretisch vermehrt über die Elsenbrücke kommen würden warum bauen sie nicht rechts und links eine neue drumherum und reißen die dann wenn die neue fertig ist oder drüber ja auch geil oder warum gießen sie nicht diesen Bereich einfach der Spree aus mit Zement ja ich meine gibt es ja so viele oder eine Fähre ein Fährservice der die ganze Zeit hin und her fährt ne ein großes Fährschiff was die ganze Zeit nur so schwimmt und die einfach rüber heizen vorne hinten Stahlplattenraub so da hast du einen natürlichen Wellengang in der Spree ja also echt das ist toll 50 Jahre die Brücke ist 50 Jahre alt und wird eingerissen ja gut ja baust du heute nicht mehr für die Ewigkeit gerade hoch und tief auch so Brücken und Straßen gerade nicht die Design-Trends ändern sich ja auch so schnell heute ist ja so ein rustikaler Schick eher in dann heißt es halt auch wer so Raubbau an 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 der Erde betreibt wie wir wenn wir bauen also wenn quasi also wir zwei genau wenn der Rest der Welt so bauen würde wie Deutschland beziehungsweise Mitteleuropa da wird es die Erde gar nicht mehr in dieser Form geben ja da haben wir es endlich hinter uns dieses ganze Klimawandel noch zwölf Jahre ne ganze zwölf Jahre noch das will ich nicht mehr wird unausstehlich das Wetter hat Trump nicht gesagt wo ist denn der Klimawandel ist so kalt gerade Gottes Willen ey ey das ist so komisch das ist jetzt nicht also das also das weiß nicht ist der so so sehr geschützt also jetzt mal ganz ehrlich okay der ist immer wenn er öffentlich spricht gerne am Flughafen wo eine andere Sicherheitszone aber ich frage mich mal dass da keiner ihm in die Hoden tritt ne schon richtig also ich aber ich könnte es verstehen wenn jemand Attentat weißt du sowas aber das ist halt so krass also wenn wir vorher noch nicht auf einer Liste waren jetzt sind wir es weil ich weil ich das böse Wort gesagt habe aber da müssen sich jetzt alle Folgen anhören ja ey das sind wir haben glaube ich vier drei oder vier neue Zuhörer oder nee nicht neue Zuhörer aber Zuhörer die inkognito quasi uns abonniert haben auf YouTube und das wäre doch geil wenn das alles CIA Mitarbeiter wären die jetzt dummerweise echt jede Woche sich den Scheiß anhören und bis sie unseren Code entschlüsselt haben aber das werdet ihr niemals schaffen ihr Kapitalistenschweine Sören Sören Dirk wir nähern uns der Stundenmarke also ich habe gefühlt das Gefühl dass man gerade angefangen hat ja also ich über Scheiße aufzuregen wir könnten uns noch mehr aufregen du hättest sagen müssen sowas wie was regt dich im Bereich Küche am meisten auf und das hätte wahrscheinlich fünf Stunden gedauert aber vielleicht belassen wir es einfach mal hierbei dann kannst du dich auch noch ein bisschen erholen ich kann mein Zeug auspacken und wir können das vielleicht auch nächste Woche einfach fortsetzen ja 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 nicht dass es so weit kommt ah ja ich werde hier mundtot gemacht ja genau klinge ich schon wie so ein Opa also die Erkältung hilft auf jeden Fall nicht was engelsgleiche Stimme wir sind der Fynnissupport ihr erreicht uns als at Fynnissupport auf Twitter auf Stitcher auf Stitcher sind wir Fynniss mit Dirk und Klaus genau wie auf iTunes oder allen anderen Podcast Apps wir haben eine Seite Fynnissupport.de Fynnissupport.de abonniert uns bei bei Google Play und bei Apple Dream Podcast und und googelt uns auf Yahoo oh Gott meine Kopfe gerade so warm wir sind Fynnissupport auf Lycos auf Lycos Alta Vista und auf YouTube und DuckDuckGo at Dirk Hart .de ich hab alles vergessen oh Gott ich kümmer mich um den Live-Schlag-Anfall hier bis nächste Woche links ist so taub auf Dirk auf H